Und zwar will ich kurz was zum Ablauf sagen, damit Sie wissen, worauf Sie in die Diskussion eintreten können, vielleicht Anregung haben, aber auch Kritik. Wir sind für alles offen und deswegen werden wir nachher nochmal hier in Einzelnen hier nach vorne bitten und auch kurz vorstellen. Wir wollen aber nicht vergessen, wer heute unsere musikalische Begleitung macht und der Herr hat einen ganz spannenden Namen, Herr Sergej Hujrunovic. Ich hoffe, das war korrekt. Sie können das ja mal musikalisch beantworten, wenn es in Ordnung war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020